Ja, hier kommt's jetzt einfach von Roby, spielst du zurück, ja genau, nur ein bisschen Schärfe reinbringen, viele Pässen, damit das auch ein wenig herausfordernder wird. Genau deswegen, ein bisschen mehr konzentrieren. Auch da wird das konzentrierend, so wie... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist eine gute Erfassung. Spielst du ihn wieder flach an? Genau. Ja, das war sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt wechselt ihr durch, jetzt geht es raus ins Tor. Dafür könnt ihr aber die Übung auch schnell machen. Dafür könnt ihr die Übung ja auch schnell machen, sag ich. Ja, dann könnt ihr die ja schnell aber auch ein Pfeil aneinander machen. Das Kniebärchen aus dem Fuß. Jawohl. Das Kniebärchen aus dem Fuß. 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 Dann kommst du wieder hoch, dann links und rechts und die Beine immer hoch machen. Soll ich das vormachen? Fühlst du immer hoch? Genau. Dann gehst du so hoch. Zurück. Dann gehst du wieder hoch, dann gehst du wieder hoch, dann gehst du wieder hoch, dann gehst du wieder hoch. Die Beine immer oben lassen.